Last-Minute-Spektakel in Leverkusen. Victor Boniface sichert 4 zu 3 gegen VfL Wolfsburg. Leverkusen, nach dem Mega-Geburtsstunde in der Champions League gegen Feier Nordrotterdam, 4 zu 0, hat sich Bayer 04 Leverkusen Atomar Mega-Schauspiel mit 4 zu 3, 2 zu 3, gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt. Dabei sah es zu einem Abflug in besagten Sonntagnachmittag hinter alles anderem wie einem Heimsieg aus. Auslöser dafür war Sommer-Neuzugang Nordimo Kiele, 5., der selbige Hertlinge per Eigentor zeitig in Anführung gebracht hatte. Erst selbige Tore von Florian Wirts, 14., und Jonathan Tarr, 32., brachten selbige Werkself schließlich auf selbige Anzeigetafel. Daran konnten selbst selbige Tore von Sebastian Bornauwe, 37., und Matthias Wornberje, 45.plus1, zu einem zwischenzeitlichen 3 zu 2 für Wolfsburg nichts ändern. Schon Minuten früher hätten Patrick Schick, 27., und Wirts, 29., für eine Vorentscheidung sorgen können. Victor Boniface lässt bei Arena beben. In Fuß in selbige Tür stellte schließlich der zu der Pause eingewechselte Piero Incapierre mit seinem Treffer zu einem 3 zu 3, 48. Für selbige Abstimmen in endgültig Sekunde sorgte in diesem Moment aber Victor Boniface. Nachdem der Nigerianer früher noch an Keeper Kamil Grabera daneben gegangen war, setzte er schließlich Sekunden vor dem Einstellung den entscheidenden Gewinn zu einem 4 zu 3, 90.plus3. Kurz vor dem Schlusspfiff hatte in diesem Moment selbst noch Yannick Gerhard hinter einem fiesen Tritt gegen Jeremy Frimpong selbige rote Speisekarte gesehen. Bayer 04 Leverkusen, Hadecki, Tabsoba, Ta, Belokien, 46.frimpong, Chaka, Garcia, 79.incapierre, Mokile, 46.terria, Wirtz, Schick, 68.palacios, Grimaldo, Atli, 56.boniface. Trainer, Alonso VfL Wolfsburg, Grabera, Fischer, Bornau W., Zesiger, Kaminski, Arnold, Svornberge, 72.Wranks, Thomas, 71.Koli Rakis, Wimmer, 71.Asjan, Baku, 42.Gerhard, Amura, 90.plus2Wafro. Trainer, Hasenhüttl-Schiedsrichter, Sascha Stegemann, Niederkassel, Tore, 0 zu 1 Mokile, 5.er, Eigentor, 1 zu 1 Wirz, 14.er, 2 zu 1 Ta, 32. 2 zu 2 Bornau W., 37.2 zu 3 Svornberge, 45.plus1, 3 zu 3 Incapier, 49.4 zu 3 Boniface, 90.plus3, rote Speisekarte, Gerhard, Wolfsburg, hinter einer Tätlichkeit, 88. Gelbe Taten, Belokien, Grimaldo, Adli, Frimpong, 2.Thomas, 2.Zesiger, 3.Kaminski, Arnold, 3.Grabara.